Hey! Hey Baby! Willkommen zu Hause! Was ist das? Ich hab ein Labyrinth gewahrt. War das dein Wochenendprojekt? Ich hab mich verirrt. Es ist bloß Pappe. Ich weiß, aber von innen ist es viel größer. Ich geh in das Labyrinth. Nein! Es ist zu gefährlich. Ich will nicht, dass du dich verirrst. Gehen wir endlich rein! Los geht's! Halt! Es ist größer. Dieses Labyrinth ist riesig. Nicht bewegen! Okay, alles in Ordnung. Oh. Los, weg hier! Hey! Folgt mir! Was ist das hier? Hufe. Es ist ein Minotaurs. Halb Stier, halb Mensch. Frisst Menschenfleisch. Aus dem Labyrinth. Es war einfach nur Pappe. Niemand sollte verletzt werden. Ja! Hey! 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 You're gonna beдерж! Wie hat's echt diese verdammten Fallen eingebaut? Weil es ein Labyrinth ist. Gäbe es keine Fallen, wären es einfach nur ein paar miteinander verbundene Gänge. Megal, was es ist! Ich will wissen, warum es Menschen umbringt! Untertitelung des ZDF, 2020